Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Marsch für das Leben, lieber Herr Präses Vetter, liebe Schwestern und Brüder im gemeinsamen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir sind am Ende unseres Marsches durch die Berliner Innenstadt angekommen und beim Höhepunkt, nämlich der gemeinsamen Gottesdienstfeier. Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort und mit Psalmen, Hymnen und Lieder loben und preisen wir den Schöpfer und Erlöser. Lassen Sie mich zunächst Ihnen allen ein herzliches bayerisches Grüß Gott sagen und ein herzliches Vergelt's Gott. Vergelt's Gott, dass Sie in so großer Zahl nach Berlin gekommen sind, um dem Lebensrecht auch der Schwächsten eine Stimme zu verleihen. Danke, danke aus ganzem Herzen auch an alle Polizistinnen und Polizisten. Sie haben uns beschützt und somit das staatsbürgerliche Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt. Danke auch, dass wir durch das Brandenburger Tor ziehen durften. Ich glaube, das war nicht selbstverständlich. Aber das Anliegen, das uns verbindet, entspricht diesem Symbol der Freiheit und der Einheit des deutschen Volkes. Und das lautstarke Geschrei und die Obszönität des Protestes, der uns entgegenschlägt, ist ein untrüglicher Beweis dafür, dass wir etwas Wichtiges zu sagen, etwas Notwendiges zu vertreten, etwas Heiliges zu schützen haben. Und lassen Sie mich auch das noch vorausschicken. Für mich ist dieser ökumenisch getragene Marsch für das Leben ein großes ökumenisches Hoffnungszeichen, ein Stück schon verwirklichter, sichtbarer Einheit der Kirche. Und das in diesem Jahr, da wir 500 Jahre Reformation gedenken. Danke für dieses ökumenisch ermutigende Zeichen. Gerne, gerne greifen wir die Bitte unserer Schweizer Freunde auf, mit Ihnen zu beten für das Leben. Ja, wir sind gekommen, um zu beten. Zu beten für Frauen in schwierigen Entscheidungssituationen, dass sie die richtigen Ratgeber bekommen. Zu beten für Familien, die sich schwer tun, zu überleben, materiell und ideell. Zu beten für die Beraterinnen, zu beten für die Frauen auch, die leiden unter einem Post-Abortion-Syndrom, wovon ja nur wenig gesprochen wird. Wir beten für alle, die heimatlos sind, kein Dach über dem Kopf haben und sich sehnen nach einer lebenswerten Heimat. Wir beten für alle, die Dienst tun in den Hospizen und auf den Palliativstationen, um Menschen einen lebenswürdigen Lebensabend zu schenken, damit sie nicht durch die Hand anderer, sondern gehalten von der Hand anderer den letzten Weg antreten können. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir zusammengekommen sind, um zu beten und Gottes Wort zu hören, dann dürfen wir uns ruhig erst einmal noch bewusst machen, dass uns nicht erst Gottes Wort und unser christlicher Glaube verpflichten, die Stimme zu erheben, für das Leben, insbesondere für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, sondern erst schon einmal auch die Vernunft und das natürliche Sittengesetz, das uns als Handlungsregel nahelegt, mit anderen so umzugehen, wie wir selbst es für uns wünschten, die goldene Regel. Darüber hinaus hat das Grundgesetz unseres Landes unter dem Eindruck der Folgen einer menschenverachtenden Ideologie im ersten Artikel festgehalten, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung der staatlichen Gewalt. Und in Artikel 2 heißt es, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich und so weiter. Diese Rechte gelten für das Leben jeder menschlichen Person vom ersten Augenblick der Empfängnis bis zum letzten Atemzug, unabhängig davon, ob die betreffende Person den ästhetischen, ökonomischen oder sonstigen Erwartungen und Vorstellungen anderer oder der Gesellschaft entspricht. Jede menschliche Person ist ein Zweck an sich selbst, darf dementsprechend auch nicht anderen Interessen geopfert werden. Diese elementaren Einsichten, erarbeitet vor allem von der großen deutschen Philosophie, sind der menschlichen Vernunft evident und sie gehören zum Fundament unserer freiheitlichen Gesellschaft. Wir sollten sie und ihren philosophisch einsichtigen Geltungsanspruch nicht leichtfertig preisgeben und uns nicht zu früh auf die Position des Glaubens stützen. Das Thema Lebensrecht ist nicht erst ein christliches Thema, es ist ein Menschheitsthema. Es geht um das Recht, um die Anerkenntnis des Rechtes anderer, in meinem Handeln Grenzen setzen. Und es geht letztlich um das Funktionieren des Rechtsstaates. Wir stehen ja in diesem Zusammenhang vor dem Paradox, dass postnatal große und größte Anstrengungen unternommen werden für die Inklusion, für die Integration von behinderten Menschen in unsere Gesellschaft, sie teilhaben zu lassen an unserem Leben. Und ich kann hier nur allen Einrichtungen in unserem Land, den kirchlichen und den staatlichen, mit ihren tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Herzen danken, dass sie mithelfen, dass unsere Gesellschaft ein so menschliches Antlitz zeigt. Noch nie wurden Menschen mit Behinderung so viel Fürsorge zuteil, wie in unseren Tagen und in unserem Land postnatal. Pränatal haben wir gleichzeitig eine unbarmherzige und gnadenlose Exklusion und Selektion. Liebe Schwestern und Brüder, ich stelle die Frage, kann man wirklich gleichzeitig Tränen der Rührung vergießen beim Verlesen eines Briefes aus dem Jahr 1943 durch einen Schauspieler mit Down-Syndrom? So geschehen hier neben uns in diesem Hohen Hause am 27. Januar, dem Tag der Opfer des Nationalsozialismus, kann man gleichzeitig Tränen der Rührung vergießen und schweigen über die pränatale Selektion in unseren Tagen. Mindestens 9 von 10 Trisomie 21 diagnostizierten Embryos dürfen das Licht der Welt nicht mehr erblicken in unserem Land. Von einem Augenblick zum anderen scheint sich die Rechtsposition einer menschlichen Person um 180 Grad zu verändern. Ist das nicht irrationale Willkür? Ich kann in diesem Zusammenhang nur unterstreichen, was der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, im Grußwort zum diesjährigen Marsch für das Leben geschrieben hat. Ich zitiere ihn. Die modernen vorgeburtlichen Diagnosemethoden entwickeln sich rasant. So wird es in unserer Gesellschaft zunehmend, in Anführungszeichen, normal. Kinder während der Schwangerschaft auf ihre Gesundheit zu testen. Den vorgeburtlichen diagnostischen Möglichkeiten entsprechen jedoch nicht immer auch therapeutische Handlungsoptionen, sodass nicht selten eine Abtreibung an die Stelle fehlender Therapiemöglichkeiten gestellt wird. Dem gilt es klar zu widersprechen. Soweit Kardinal Marx. Wir sind gekommen, denen eine Stimme zu geben, die ihr Selbstbestimmungsrecht über ihre Leiblichkeit und über ihre Sexualität noch nicht selbst zum Ausdruck bringen können. Sie brauchen uns. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die biblische Botschaft, auf die sich unser christlicher Glaube stützt, hat wesentlich zur Erkenntnis der unveräußerlichen Rechte der menschlichen Person beigetragen. Wenn jeder Mensch ein Bild Gottes ist, berufen zum Dialog und zur Gemeinschaft mit ihm, hat er auch Teil an seiner göttlichen Würde. Wenn Gott in seiner Menschwerdung unser aller Menschen Bruder geworden ist, unsere menschliche Natur angenommen hat, hat er damit den Menschen erhöht und geadelt jeden Menschen. Die Schrifttexte unserer ökumenischen Andacht jetzt hier und heute haben uns zwei herrliche Details der göttlichen Wertschätzung des Menschseins vor Augen gestellt. Psalm 139 beschreibt das Heranwachsen des Kindes im Mutterleib Als göttliches Kunstschaffen Du hast mein Inneres geschaffen Mich gewoben im Schoß meiner Mutter Ich danke dir, Gott, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Und weiter geht es mit der Vorstellung, dass jedes menschliche Wesen vom ersten Augenblick seines Daseins bei Gott Ansehen hat, weil er auf ihn schaut. Als ich geformt wurde im Dunkeln Kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde Waren meine Glieder dir nicht verborgen Deine Augen sahen, wie ich entstand Unser Ja zum Leben ist der Mitvollzug des göttlichen Ja zum Leben ist Antwort auf sein Schöpfungshandeln In diesem Glauben wird in der ganzen jüdisch-christlichen Tradition das Kind als ein Segen betrachtet und jede Geburt als Beweis dafür, dass Gott ein Freund des Lebens ist. Mit Papst Franziskus rufe ich Ihnen zu Jedes Leben ist unantastbar. Bringen wir die Kultur des Lebens als Antwort auf die Logik des Wegwerfens und auf den demografischen Rückgang voran. Stehen wir zusammen und beten wir gemeinsam für die Kinder, deren Leben durch einen Schwangerschaftsabbruch bedroht ist, wie auch für die Menschen, die am Ende des Lebens angelangt sind. Jedes Leben ist unantastbar, dass niemand alleine gelassen werde und die Liebe den Sinn des Lebens verteidige. Und rufen wir mit Papst Franziskus die Worte Mutter Teresas in Erinnerung. Das Leben ist Schönheit, bewundere es. Das Leben ist Leben, verteidige es. Sei es beim Kind, das kurz vor der Geburt steht. Sei es bei dem Menschen, der dem Tode nahe ist. Jedes Leben ist unantastbar. Unser Herr Jesus, der selbst als hilfsbedürftiges und wehrloses Kind in der Krippe geboren wurde, hat noch einmal in besonderer Weise das Kindsein ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Der Herr sagt uns, wir haben es im Evangelium vorhin gehört, der Größte im Himmelreich muss sein, wie ein Kind, das dankbar die Gnade der Erlösung annimmt. Ja, schließlich sagt der Herr, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hier klingt schon die Verheißung des großen Gerichtsgleichnisses von Matthäus 25 auf, was ihr den Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Identifizierung des Herrn mit den Schwachen und Hilfsbedürftigen gilt also in besonderer Weise im Blick auf die Kinder. Dem wissen wir uns verpflichtet und bei all diesem unserem Tun wissen wir uns dem Herrn in besonderer Weise nahe. Ja, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Christus, unser Herr. Amen.